Hallo und herzlich willkommen zur weltweit ersten und einzigartigen Einödpflanzen Fjellpflanzen-Spezial-Super-Sonderfolge in Farbe und Deutsch Meines Wissens gibt es was Vergleichbares tatsächlich bisher noch nicht Und das ist demzufolge eine Premiere So, und das ist die entsprechende Einöde Und tatsächlich gibt es in besagter Einöde doch ein paar interessante Pflanzen Ob man es glaubt oder nicht, es ist so Und damit legen wir auch los Und zwar erste halbwegs interessante Pflanze Die einem in Schweden auf jeden Fall in die Augen sticht Sozusagen ist die Kiefer Beziehungsweise die Waldkiefer Wenn man einen etwas korrekteren Namen haben möchte Lateinisch heißt das Ding Pinus Silvestris Und ja, ist im Prinzip genetisch gesehen dieselbe Kiefer, die bei uns auch steht Sieht aber zum Teil doch erheblich unterschiedlich aus Und auf diese Unterschiede möchte ich jetzt halt ein bisschen eingehen im Rahmen dieses Videos Wir werden uns allerdings, damit jetzt kein falscher Eindruck entsteht Primär nicht um Bäume kümmern Naja, beziehungsweise zumindest nicht um die großen Bäume Sondern eher mehr um die kleinen unscheinbaren Pflanzen Die man so eigentlich nicht entdeckt Und stinklangweilig findet Wenn man nicht weiß, worum es sich handelt Gedacht ist das Video Damit also für Leute, die sich vielleicht schon ein bisschen in Schweden auskennen Jetzt mal gerne wissen möchten Was sind denn das eigentlich für Pflänzchen Die da überall am Wegesrand wachsen Und ja, damit legen wir dann auch korrekt mit der Kiefer eben los Schauen wir uns jetzt erstmal im Detail die Nadeln unserer Kiefer an Da stellen wir fest, die sind im Vergleich zur einheimischen Kiefer Wie gesagt, es handelt sich genetisch gesehen um den gleichen Baum Die sind auch untereinander kreuzbar Man könnte also so eine Kiefer hier von hier oben bei uns unten in den Wald stellen Die würden zusammen mit den bei uns rumstehenden Kiefern fruchtbare Nachkommen produzieren können Also Bio-Spezies-Konzeptmäßig ist es damit ein und dieselbe Art Wenn sie untereinander kreuzbar ist Und reproduktionsfähige Nachkommen hervorbringt Und auffällig ist halt jetzt einfach Dass die Nadeln verglichen mit unserer einheimischen Kiefer sehr kurz sind Sie sind auch vergleichsweise sehr spitz Und man kann sich an den Nadeln tatsächlich auch relativ gut stechen Das ist deutlich anders, als man das von der einheimischen Kiefer eventuell gewöhnt ist Weil da sind die Nadeln einfach so lang und damit doch relativ gut biegsam und wenig starr Dass eine Kiefer eigentlich nicht sehr sticht Außer ein sehr junges Exemplar Anders ist das halt jetzt eben hier im skandinavischen Raum Da sind auch die Nadeln an einer sehr alten Kiefer immer noch vergleichsweise kurz Und die piekst schon ganz ordentlich Das ist halt schon eine Besonderheit, die man erwähnt haben sollte Weiterhin ist auffällig, dass skandinavische Kiefernwälde Also insbesondere der jetzt, in dem ich hier dieses Bild gemacht habe Immer sehr licht sind Das bedeutet, die Bäume, die Einzelbäume Kriegen in ihrem sehr lockeren Waldverband Alle sehr, 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 sehr viel Licht ab Und damit bilden sich Kiefern, die doch auch wieder sehr unterschiedlich von der Wuchsform Habitus nennt man das in der Fachsprache Von den Einheimischen sind und bis unten benadelt sind Was man viel eher gewöhnt ist, ist, dass man einen relativ kahlen Stamm hat Von dem kaum Äste zu finden sind Und ganz obendrauf, an der Spitze der Kiefer, findet man einen einzelnen Nadelpuschel Ist auf diesem Bild hier jetzt einigermaßen zu sehen Man kann auf diesem Bild auch ganz gut erkennen Links im Bild eine noch relativ junge Kiefer Die eben noch durchaus jede Menge Seitenäste aufweist Und eher so in Fichtenwuchsformen weckt Rechts im Bild dann eben eine Kiefer, wie man sie aus Deutschland eher kennt Die beiden Äste rechts, die relativ mächtig sind Das ist auch schon wieder relativ untypisch Wird man bei uns recht selten finden So einen Puschel obendrauf in der Krone Das wiederum ist relativ typisch So Leider habe ich kein Bildmaterial dazu Aber die Kiefer behält eher in geschlossenen Beständen diese Fichtenformen Also die typische Tannenbaumformen, wie man eben sich auch ins Wohnzimmer stellen möchte Behält sie eher bei, wenn sie in relativ dichten Wäldern drin steht Weil da ist sie auf die unteren Zweige angewiesen Um auch ja alles an Licht abzubekommen, was irgendwie abzubekommen ist Steht sie hingegen im ziemlichen Freistand, wie hier wieder unser rechtes Exemplar Dann braucht sie jetzt nicht mehr unbedingt die unteren Äste leisten Sie kommt mit dem einen Kronenpuschel einigermaßen zurecht Außerdem sind diese Exemplare, die oben nur noch diesen Kronenpuschel haben Auch sehr, 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 sehr alt Im Fall von unserem Beispielexemplar hier Die könnte gut und gerne 250 Jahre alt sein Tendenziell auch durchaus noch älter Die Zuwächse hier im Rogengebiet, da ist das Bild aufgenommen Sind extrem niedrig Ein geschlossener Fichtenwald eben Quatsch Kiefernwald, Entschuldigung In Südschweden Der würde dann doch halt einfach wie Vom Waldbild her ganz ähnlich wie ein Fichtenwald, wie wir ihn aus Deutschland kennen, aussehen Aber halt eben tatsächlich aus Kiefern bestehen, die alle fichtenförmig in Anführungszeichen wachsen Ist sehr interessant In, ja, ich habe leider kein Bildmaterial dazu Da müsstet ihr dann mal selber drauf achten Wenn ihr zufällig mal wieder nach Südschweden kommt Oder ihr googelt euch entsprechende Bilder zusammen Wir kommen zum zweiten Baum Das ist die Birke Und zusammen mit der Kiefer haben wir damit auch eigentlich die ganz, ganz, ganz typischen Bäume Vom mittleren und nördlichen Skandinavien auch schon abgedeckt Es gibt kaum noch was anderes Es gibt hin und wieder mal noch eine Weide Es gibt noch ein bisschen Wacholder Und beides kommt eigentlich kaum baumförmig vor Aber darauf gehen wir nachher noch ein Die Birke ist auch wieder eine der beiden Birken, die auch bei uns vorkommen Deutlich häufiger ist in Schweden die Moorbirke anzutreffen Betula pubescens, die Sand- oder Hängebirke Betula pendula, die bei uns eher die weiterverbreitete Birke ist Ist hier eher selten Liegt daran, dass natürlich auch jede Menge Moor vorhanden ist Es gibt noch Unterarten der entsprechenden Moorbirke, die dann besonders klein und besonders krüppelig wachsen Insbesondere die sehr tief im Moor noch stehen können Das sind aber, wie man inzwischen nachgewiesen hat, nur Unterarten Ich hatte es schon bei der Kiefer erwähnt Das bedeutet, die sind mit anderen Birken kreuzbar und können fruchtbare Nachkommen bekommen Wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre es eine eigene Art Wir lernen gleich noch eine Birke kennen, die eine eigene Art ist Was sich eben darin äußert, dass sie nicht mit anderen Birken gekreuzt werden kann Beziehungsweise da kommt nichts Fruchtbares bei raus Bestenfalls ein Bastard Ein Bastard ist in der Botanik, beziehungsweise in der Biologie So definiert, dass es ein nicht fruchtbarer Nachkomme ist Der kann sich also selber wieder nicht weiter reproduzieren Die Besonderheit und die Anpassung der Birke an ihr nördliches Verbreitungsgebiet Besteht im Wesentlichen darin, dass sie einfach kleiner bleibt Und sehr krumm oft wächst Also es ist ganz selten, dass man mal einen wirklich geraden Birkenstamm findet In diesen Fjellbirkenwäldern Also die Birkenwälder nah an der Waldgrenze Was eine Waldgrenze ist, habe ich in einem anderen separaten Video schon mal detailliert erklärt Da muss ich jetzt nicht noch weiter drauf eingehen Aber es ist einfach typisch Je näher man der physiologischen Grenze des Waldwachstums kommt Desto kleiner werden die Bäume Desto krüppeliger, desto unscheinbarer, desto schwerer haben sie zu kämpfen Um da überhaupt noch überleben zu können Vielleicht noch eine kleine Ergänzung Die Birke ist in der Lage, sich vegetativ zu vermehren Das bedeutet, sie kann zum Beispiel einen Ast am Boden entlang wachsen lassen Der Ast kann sich dann an einer anderen Stelle nochmal ein wenig verwurzeln Und aus diesem verwurzelten Stück Ast wächst dann etwas hervor Was aussieht wie ein völlig neuer Baum Ist aber mit der Elternpflanze quasi genetisch identisch Ist eigentlich nur ein Klon, ein Ableger von der Elternpflanze Das ist sozusagen die Notvermehrungsstrategie Man will sich schon irgendwie vermehren Man möchte einen neuen Wald aufbauen, wenn man irgendwo einzeln in der Landschaft rumsteht Aber die Ressourcen, das Licht und der damit zu gewinnende Zucker aus der Photosynthese Sind halt so begrenzt Beziehungsweise die Menge an Licht mit der entsprechenden Temperatur Dass man das Licht auch nützen kann Dass eine andere Form der Vermehrung nicht mehr möglich ist Das ist also auch etwas, das man ganz typischerweise an der Waldgrenze beobachten kann Und auch ein typisches Verhalten sämtlicher Pflanzen, die an extremen Lebensräume angepasst sind Sexuelle Fortpflanzung, also die vergleichsweise komplizierte, ressourcenbrauchende, verbrauchende Form der Fortpflanzung Wird da oft zurückgefahren und es wird sehr viel auf die sogenannte vegetative, also die nicht sexuelle Fortpflanzung gesetzt Also quasi Klone von sich selbst produzieren Höhere Tiere können das alle nicht Höhere Pflanzen können es alle mehr oder weniger gut Aber potenziell ist es immer möglich Also Pflanzen haben uns in der Hinsicht echt was voraus Abschließend muss man zu Birken und Kiefer noch sagen Die Abfolge der beiden Vegetationstypen Birkenwald und Kiefernwald Ist so, dass der Kiefernwald ein bisschen weiter unten im Gebirge anzutreffen ist Beziehungsweise etwas weiter südlich, wenn man in Richtung der nördlichen Waldgrenze geht Ganz kurz vor Schluss, bevor wirklich kein Baumwachstum mehr möglich ist Ist noch Birke zu finden Nur unter besonderen Ausnahmebedingungen reicht der Kiefernwald bis an die Waldgrenze heran Aber man kann es wirklich auch während, auf den Kungsläden an vielen Stellen schön sehen Dass man noch durch den Kieferwald läuft Plötzlich hört der Kiefernwald so langsam auf Es kommen mehr Birken dazu Irgendwann sind gar keine Kiefern mehr da Man läuft nur noch durch den Birkenwald Und der Birkenwald hört dann auch irgendwann auf Und es gibt überhaupt keine Bäume mehr Also das ist die natürliche Vegetationsfolge Wie gesagt, es kann anders sein Es kann Kiefern bis zum Schluss geben Bis es überhaupt keine Bäume mehr gibt Wenn es sich um ein Trockental zum Beispiel handelt Weil die Birke ist besser im Umgang mit Kälte Die Kiefer kommt aber erheblich besser mit Trockenheit zurecht Und deswegen kann das also dann den ausschlaggebenden Faktor geben Dass in einem Trockental an der Waldgrenze überhaupt keine Birke vorkommt Ist so im Rogengebiet an manchen Stellen der Fall Kommen wir nun zu einer ganz anderen Pflanze Hier handelt es sich, wie jetzt der eine oder andere wahrscheinlich schon erkannt haben wird Um eine Flechte Das ist eine sehr bekannte Die ist auch sehr, 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 sehr häufig Im entsprechenden Gebiet anzutreffen Eigentlich auf jedem dritten Stein gefühlt Teilweise ist sie auch auf jedem Stein Das ist die Landkartenflechte Die heißt so, weil die einzelnen Exemplare Also die einzelnen Individuen dieser Pflanze-Pilz-Symbiose Es ist ja eigentlich keine Pflanze in dem Sinn Es ist aber auch kein Pilz Es ist eine Symbiose aus beiden Die einzelnen Exemplare-Individuen Bilden eben durch diesen, sagen wir mal, dunklen Rand Ein in sich geschlossenes System Und es sieht aus wie einzelne Länder auf einer Landkarte Die jeweils ihren entsprechenden Grenzraum mit einer anderen Farbe markiert haben Und deswegen heißt die auch entsprechend die Landkartenflechte Weil sie einzelne Länder auf einer Landkarte darstellt Zu Flechten habe ich auch andernorts schon sehr viel erzählt Aber für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben Hier noch ein paar ganz kurze Anmerkungen Es handelt sich quasi um ein Pilzgeflecht Also Pilzhüven, Pilzfäden Das eigentliche Hauptmaterial, aus dem ein Pilz besteht Der besteht nämlich nicht aus dem Hut, den man dann im Wald einsammeln und essen kann Sondern im Wesentlichen aus einem sehr dünnen Fädengeflecht Genannt Hüven Die zusammen das sogenannte Mycel bilden Also den eigentlichen Pilzkörper Nicht den Sporenkopf, den man halt am Ende abschneidet und isst Ist der eigentliche Pilzkörper So, und zwischen diesen Hüven, zwischen diesen Mycel Hat ein Flechtenpilz jetzt noch Algen eingelagert Also eine pflanzliche Komponente Eine Alge ist immer eine Pflanze Der Pilz versorgt die Alge eigentlich mit allem, was sie so zum Leben braucht Mit Nährstoffen, mit Schutz gegen die Umwelt Weil so eine Alge halt eben auch sehr schnell austrocknet Wenn man nicht irgendwie was Feuchtigkeit, Haltendes drumrum setzen würde Und das ist halt in diesem Fall eben das Pilzmycel Und dafür kann der Pilz von dem Zucker profitieren Den die Alge eben entsprechend produziert Weil sie Photosynthese kann Ein Pilz kann das nicht Und so haben also beide was von dieser Symbiose Die Alge könnte nicht leben, wenn es an dieser Stelle keinen Pilz gäbe Und der Pilz könnte sich nicht ernähren, wenn er keine Alge dabei hätte Also so gesehen eine sehr praktische Zusammenarbeit Inzwischen haben wir es natürlich auch schon nicht mehr mit der Landkartenflechte zu tun Der eine oder andere wird es bemerkt haben Das hier ist eine Bartflechte Ich sage jetzt absichtlich eine Bartflechte Weil ich nicht hundertprozentig sicher sein kann, welche das ist Ich hatte kein Bestimmungsbuch dabei und jetzt nur am Foto bestimmen Das wäre nicht korrekt genug Da könnte man nicht mit Sicherheit sagen, was es ist Deswegen mit Sicherheit kann ich sagen, es ist eine Bartflechte Welche genau, das lässt sich halt eben jetzt so nicht mehr feststellen Die ist überwiegend an Birken anzutreffen Und so große und schöne Flechten sind ein absolut eindeutiges Anzeichen dafür Dass wir es hier mit der reinstmöglichsten Luft zu tun haben Die man sich nur irgendwie vorstellen kann Also sauberere Luft, was Schadstoffe angeht Also Autoabgase und ähnlichen Krempel Als hier ist eigentlich fast schon nicht mehr möglich Bei dieser Flechtenkonzentration und diesen riesigen Dingern Das ist ein wunderbares Zeichen für hervorragende Luft Weiter geht es mit der sogenannten Moltebeere Das ist eine sehr spezielle skandinavische Delikatesse, muss man schon sagen Wächst überall in Skandinavien Wächst auch reliktartig an gewissen Stellen in Norddeutschland Größtenteils Niedersachsen Und ja, bildet eine sehr schmackhafte Beere aus Eine Beere pro Pflanze Deswegen ist es auch eine sehr seltene Beere Die ist vergleichsweise teuer Allein die Norweger haben zum Beispiel nicht genügend davon Weil sie nur wild wächst Alle Versuche das Ding zu kultivieren Also irgendwie auf dem Acker anzubauen oder ähnlichem Sind bisher noch nicht so wirklich erfolgreich gewesen Und daher importieren die Norweger ihren Bedarf aus Finnland Und die Finnen freuen sich Weil dann verdienen sie einen Haufen Geld Erkennen kann man das Ding, wenn sie blüht An dieser großen weißen Blüte, die hier zu sehen ist Es ist eigentlich eine sinnliche Besonderheit Dass ich die jetzt mal im blühenden Zustand sehen durfte Deutlich bekannter ist natürlich die eigentliche Beere Die sich dann an der Stelle der Blüte später bildet Blüte ist weiß, meist fünfblätterig Und interessant sind natürlich auch diese Blätter Die ja ganz anders aussehen Als die Blätter der anderen Beeren Die man in Schweden so finden kann Sind leicht handförmig Rundlich am Rande gesägt Kann man eigentlich mit nichts anderem verwechseln Wenn sie vorkommt Dann kommt sie in der Regel immer gleich in größeren Mengen vor Und bildet so eine Art Ja, Teppich kann man fast schon sagen Allerdings einen relativ lockeren Teppich Geschmacklich sind die Dinger relativ Ja, bitter Würde ich sagen Ja, wie gesagt, sie gelten als Delikatesse Die Hauptanwendung für unseren Gaumen Die einigermaßen schmeckt Ist sicherlich Marmelade Die kann man auch in den entsprechenden Ländern Also sowohl in Schweden als auch in Norwegen wie Finnland Käuflich erwerben Und ja, es ist schon eine sehr spezielle Pflanze Die liebe Moltebeere Die wächst in Mooren An Mooren Und teilweise auch in moorigen Wäldern Deswegen ist sie halt auch eben jetzt nicht so wahnsinnig häufig Ist es jetzt nicht so, dass die Kilometer große Felder ausbilden würde Ein paar Worte zum reliktischen Vorkommen in Deutschland Das sind ganz einzelne kleine Bestände Noch Überreste aus der Vegetation nach der Eiszeit quasi Die sich an Mooren dann gehalten haben Was noch da ist an Moltebeere in Deutschland Ist strengstens geschützt Und jedes einzelne Exemplar wird quasi Rund ums Jahr überwacht und beobachtet Damit auch das Jahr nicht verloren geht Eben dieses Denkmal der Eiszeit Wenn man es so nennen möchte Finde ich in diesem Fall auch durchaus relativ sinnvoll Dass man die zu erhalten versucht, die noch da sind Das sind wirklich nur noch ganz, ganz wenige In Österreich und der Schweiz gibt es auch noch so ein paar ganz kleine Vorkommen Auch eben ein Relikt der Eiszeit Und das war es dann auch Und damit kommen wir zur Rentierflechte Das ist dieses weiße Geflecht Das hier auf den folgenden Bildern zu sehen ist Es ist vielleicht eine der prominentesten Flechten Weil sie somit die einzige ist Die wirklich einen gewissen Nährwert enthält Also von Rentierflechte kann man sich tatsächlich bis zu einem gewissen Grad eben ernähren Was ich hier habe, sind immer recht kümmerliche, spärliche Mengen Die kann auch in wirklich richtig, richtig großen Teppichen vorkommen Die auch eine gewisse Dicke erreichen Ich vermute, hier wird sie etwas knapp sein Weil da schon das eine oder andere Rentier in letzter Zeit mal vorbeigekommen ist Und ein wenig daran geknabbert hat Weil wir uns in einem sehr ausgeprägten Rentiergebiet auch befinden Die ist deswegen relativ nahrhaft Weil ein Pilz, anders als eine Pflanze Genau wie ein Tier quasi Die auf Stärke als Speicherstoff setzt Und Stärke ist halt eben was, was wir als Mensch auch gut verdauen können Heißt, wir können diese Flechte theoretisch auch essen Und uns daraus ein Süppchen kochen oder sonst was Und das hat man im Norden auch gemacht In Notzeiten, da war das ein beliebtes Naja, weil nichts anderes da war Nahrungsmittel, um über den Winter noch einigermaßen zu kommen Rentierflechten Ein wichtiger weiterer Trivialname Also nicht der wissenschaftliche Name Sondern ein aus dem Volksmund Name Ist Isländisch Moos Das kann man dann auch noch entsprechend auf Englisch übersetzen Und teilweise denken manche Leute auch Das wäre dann Irish Moss Ich glaube Irish Moss ist irgendein Parfum Ich habe keine Ahnung Jedenfalls, das ist ja Quatsch Weil das Ding ist kein Moos Sondern eben eine Flechte Das ist also ein völlig falscher Trivialname Der aber immer noch gebräuchlich ist Diesmal wieder eine völlig nutzlose Pflanze Mehr fast Das ist die Zwergbirke Meine persönliche Lieblingspflanze Also wenn ich eine Lieblingspflanze haben muss Auf diesem Planeten Dann nehme ich die Zwergbirke Der nördlichste Baum der Welt Wo nichts mehr an Baum wächst Da wächst noch die Zwergbirke So Jetzt wird die in der Regel nicht viel höher als so Das höchste was man an Zwergbirke noch finden kann Sind wirklich einige Mini-Bäumchen-Exemplare Von einem halben bis hin zu einem ganzen Meter Aber in Europa habe ich so ein Ding noch nie gesehen Aber theoretisch soll es die geben Bis zu einem Meter hoch Betula Nana ist der lateinische Name Passt hervorragend Betula ist Birke Und Nana Das heißt tatsächlich das Was ist wie es klingt Niedlich, klein, putzig Irgendwie sowas in der Richtung Bemerkenswert sind diese winzig kleinen Sehr runden Blätter Die da so leicht gelappt sind Aber halt alles wirklich auf Miniaturniveau Hat also kein klassisches Birkenblatt Wie die Birken, die wir kennen Und es ist eine eigene Art Betula Nana lässt sich nicht mit den anderen Birken kreuzen Beziehungsweise es kommen da jedenfalls keine fruchtbaren Nachkommen bei raus Ob eine Bastardisierung möglich ist Weiß ich jetzt nicht Habe ich in dem Fall jetzt so nicht rausgefunden Eine interessante Geschichte ist hier wieder der Naturschutz in Deutschland Wir haben nämlich in den Bayerischen Alpen Ich glaube das ist das einzige wirklich nennenswerte Vorkommen Noch so ein paar Reliktvorkommen Der Zwerg Birke Und die werden natürlich auch wieder geschützt Was das Zeug hält Weil sie quasi ein lebendes Denkmal der letzten Eiszeit sind Ich möchte in diesem Zusammenhang Auch wenn das Video ewig lang wird Mal kurz auf die arktisch-alpische Disjunktion eingehen In den Eiszeiten, nicht nur der letzten, auch denen davor Hat sich ja jeweils der skandinavische Eispanzer von Norden nach Deutschland reingeschoben Und der alpische Eispanzer von den Alpen von Richtung Süden nach Deutschland reingeschoben In der Mitte ist dann noch ein In den schlimmsten Zeiten bloß 300 Kilometer breiter Streifen eisfrei gewesen Und sämtliche Pflanzen mussten sich quasi in diesen Streifen zurückziehen Das ist jetzt nicht allen gelungen Und außerdem war es auf diesem eisfreien Streifen ja auch immer super kalt Man hatte also zwei Möglichkeiten Entweder man wandert Richtung Westen Oder Richtung Osten davon Weil nach Norden oder Süden ging ja nicht, weil Gletscher Oder man ist halt wirklich an die Kälte angepasstes Pflänzlein Dass man schafft in diesem Streifen zu überleben Und ein Beispiel für Pflanzen, die da überlebt haben, ist eben unsere Betulanana Die konnte da diesen Streifen besiedeln und hat so die Eiszeiten überstanden So, jetzt ist das Eis zurückgegangen Und zwar nach Norden und Süden hat es sich zurückgezogen Das Problem ist jetzt, dass es in der Mitte, demzufolge immer wärmer geworden ist Jetzt ist Betulanana eine überhaupt nicht konkurrenzfähige Pflanze Wenn da irgendwas anderes drüber wächst und Schatten drauf schmeißt, dann geht die ein Sie musste also quasi ausweichen Da wo es warm wurde, wo was anderes wachsen wollte Konnte sie sich nicht halten, ist nicht konkurrenzfähig Ist also nach Süden und Norden dem Eis hinterher gewandert Deswegen hat sich das ursprünglich in der Mitte von Deutschland befindliche Vorkommen Von Betulanana nach Norden und Süden verschieben und wurde so getrennt Also eine Disjunktion ist das Ein Auseinandergleiten eines Areals, das Wuchsgebiet einer Art Und wir haben jetzt halt eben nur noch ganz, 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 ganz wenig vom südlichen Vorkommen Weil es in den Alpen nach und nach trotzdem jetzt auch zu warm geworden ist Während Betulanana im Norden überhaupt keine Seltenheit darstellt Also da gibt es jede Menge davon Es ist auf jeden Fall super, super interessant Ein ganz spannendes Thema jetzt auch zu forschen Wie die sich jetzt genetisch im Laufe von 10.000 Jahren zum Beispiel unterscheiden Noch ist es beides die gleiche Art Also das Alpenvorkommen wäre mit dem skandinavischen Vorkommen noch kreuzbar Und die könnten zusammen wieder die, ich habe es schon mehrfach erwähnt, fruchtbaren Nachkommen haben Aber die Frage ist, wie lange noch? Irgendwann werden die sich so weit an ihren entsprechenden Lebensraum angepasst haben Dass sie jeweils eine eigene Art darstellen und nicht mehr miteinander kreuzbar sind Aber es ist im Fall von der letzten Eiszeit halt eben erst, muss man sagen, circa 10.000 Jahre her Dass sich diese Disjunktion überhaupt vollzogen hat Es geht weiter mit der Krähenbeere Das ist so eine der dominantesten Pflanzen, die man in der Fjellregion finden kann Es gibt ganze Krähenbeerheiden Und der Name Heide ist kein Zufall, weil die Krähenbeere inzwischen zu den Heidekrautgewächsen gezählt wird Also ist verwandt mit Kaluna vulgaris, dem normalen Heidekraut, das Standardzeug Das man auch aus der Düneburger Heide beispielsweise kennt Das man auch in Deutschland relativ häufig finden kann Bei uns gibt es auch Krähenbeere, auch wieder im Bereich der Moore Teilweise aber auch im Bereich der Sanddünen an der Nordsee Beziehungsweise auf den entsprechenden Inseln Da kann man auch hin und wieder mal welche finden Wie man jetzt sehen kann, dieses Ding hat erstens mal kleine nadelförmige Blätter Es sieht also aus wie ein Miniaturnadelbaum Ist daran ziemlich gut zu erkennen Und das ist auch das Hauptbestimmungsmerkmal, das ich jetzt hier ansprechen möchte Außerdem hängen eigentlich fast über das ganze Jahr noch diese schwarzen Beeren entsprechend dran Das liegt daran, dass die nicht so gerne gegessen werden von der einheimischen Tierwelt Deshalb bleiben in der Regel immer welche übrig Die dann aus dem Vorjahr tatsächlich den Winter überstanden haben Und dann halt eben noch da sind Man kann die also quasi das ganze Jahr über als Survival-Nahrung ansehen Weil sie halt praktisch immer verfügbar sind Sie sind essbar, sie enthalten zwar diverse, zumindest einen Stoff, der eigentlich nicht besonders gesund ist Trotzdem ist noch nie was vorgekommen, dass irgendjemand von dem Zeug krank geworden wäre Besonders lecker sind sie nicht, sage ich jetzt mal Sie werden zwar quasi als ergänzendes Füllmaterial in irgendwelchen Beerenkompotten von der einheimischen Bevölkerung verwendet Und ja, man kann sie aber auch pur so essen Ich persönlich mag sie gar nicht, mir schmecken sie wirklich nicht Und ja, es ist überall die Krähenbeere zu finden Und man muss teilweise ein bisschen aufpassen, wenn man sich reinsetzt oder reinlegt oder sein Zelt drin aufbaut Die können dann schon mal platzen und tatsächlich dann auch Flecken auf Textilien oder Haut hinterlassen Die man so einfach gar nicht wieder rausbekommt Das ist vielleicht auch eine wichtige Information Sorry wegen dem Mailgeräusch, ich kann das nicht jetzt, das muss jetzt mal ausschalten Ja und machen wir weiter mit den entsprechenden Beeren Ihr seht, es gibt einen ganzen Haufen von Beeren Wirklich massenweise gefühlt jede zweite Pflanze im Fiell ist eine Beere Nicht unbedingt so ganz, aber gefühlt zumindest Und dieses hier, das lässt sich relativ leicht erkennen an diesen sehr ledrigen Blättern Jetzt könnt ihr die natürlich nicht anfassen Aber man kann es schon so ein bisschen sehen, dass sich da das Licht drauf spiegelt Liegt daran, dass die eine fast wachsartige Oberfläche haben Fühlt sich auch wirklich wie Wachs an Das ist ganz charakteristisch Ihr wisst sofort, was ich meine, wenn ihr jemals so ein Blatt anfasst Das Ding ist auch immer grün Genau wie die Krähenbeere, das muss man vielleicht noch dazu sagen Also die findet man auch im Winter unterm Schnee mit Blättern Die werden irgendwann natürlich trotzdem ausgetauscht Aber sie fallen jetzt nicht saisonbedingt jeden Herbst ab Demzufolge verfärben sie sich auch im Herbst nicht Und das ist auch der Grund, weshalb sie diese wachsartigen Blätter haben Das ist eine Anpassung an Frost und Trockenheit und quasi sämtliche Umwelteinflüsse Dicke, wachsartige, feste Blätter Sind einfach geschützt gegen so ziemlich alles, was da kommen mag So, und es handelt sich um die Preiselbeere Vaccinium Vitisidia Dass die lecker zu diversen Wildgerichten schmeckt Muss ich jetzt niemandem noch großartig verraten Man kann sie auch noch zu diversen anderen Zeug essen Das Ding ist ja, glaube ich, gerade ziemlich im Trend Produziert nicht so viele Beeren Ist so im, wirklich die Beere einfach so futtern Zustand Auch vielleicht kulinarisch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sage ich jetzt mal Ich bin ja sowieso nicht der große Beerenfutterer Aber ich mag die auch nicht Die Beeren, die ich mag, sind eigentlich auch nur die Heidelbeere Zu der wir dann später kommen werden Sie ist sehr stark verwandt mit der Heidelbeere Es kommen eigentlich fast immer beide parallel vor Wenn man Heidelbeere findet, findet man auch fast immer noch ein paar Preiselbeeren dazwischen Und wie man weiß, gibt es auch in Deutschland problemlos jede Menge Preiselbeer vorkommen Nämlich auch da, wo die Heidelbeere eben, haben Sie gerade gesagt, vorkommt Das ist insbesondere auf sehr, sehr, sehr sauren Standorten in Deutschland der Fall Das können degradierte Wälder sein, in denen man sehr lange Misswirtschaft betrieben hat Das können aber auch natürlich saure Standorte sein Ja, irgendwelche sauren Böden, die von Natur aus sauer sind Beispielsweise sämtliche Schwarzwaldgipfel haben von Natur aus sehr saure Böden Und da kann man dann auch überall die entsprechende Heidelbeere und die Preiselbeere finden Zur Heidelbeere kommen wir jetzt Denn die ist im Winter sehr leicht daran zu erkennen, dass sie nicht da ist Weil die ist wechselgrün Sie wirft ihre Blätter also wie unsere Laubbäume, unsere Einheimischen im Herbst ab Und hat im Winter dann keine dran Die müssen im Frühjahr frisch austreiben und haben dann auch oft, eben gerade im Frühjahr So eine charakteristisch hellgrüne Farbe Sehen sehr zart aus, weil sie halt eben frisch ausgetrieben sind Das sind die einzigen Blätter, die man hier finden kann, die diese Flabe haben Und dazu noch zu so einem Strauch gehören Ist also auch ganz einfach im Frühjahr zu bestimmen Im weiteren Verlauf des Jahres sehen die Blätter schon so ein bisschen wie die von der Preiselbeere aus Aber sie sind halt immer noch ganz weich und leicht anzufassen Sie haben diese Verdickung, diese Wachsschicht als Schutz eben nicht Weil sie sie auch nicht brauchen, weil sie ja eben wechselgrün sind Eine Besonderheit in Skandinavien ist, dass die Dinger quasi sofort mit Beeren dran gleich austreiben In Deutschland ist das nicht so Da bilden sie zuerst die Blätterchen aus Und im Laufe des Sommers bilden sich dann die Beeren Und sind dann im Spätsommer bzw. Anfang Herbst spätestens Sind sie dann reif und man kann sie sammeln Hier ist der Sommer so kurz im Fjell, dass sie quasi die Zeit gar nicht haben zu warten mit der Beerenproduktion Die Beerenproduktion muss in dem Moment beginnen, wo der Schnee geschmolzen ist Also sobald die Blätter austreiben, treibt gleichzeitig quasi auch die Beere aus Und diese roten Bommel, die hier dran sind, werden später blau Die Heidelbeere bzw. Blaubeere heißt sie ja natürlich entsprechend auch Ist ja bekannt, dass die blaue Beeren haben, die sehr lecker sind Und das ist sicherlich meiner Meinung nach kulinarisch das Beste, was man im Fjell finden kann Die gibt es wirklich überall in ganz Schweden, auch in den Wäldern auf dem Fjell Die ist eigentlich omnipräsent und ganz einfach zu finden Ja, mehr muss man... Ah doch, ein wesentliches interessantes Detail ist noch die sogenannte Höhenbonität der Heidelbeere Vergleicht mal die Höhe von so einem Heidelbeerstrauch, wenn ich nach Schweden kommt Mit der Höhe von einem Heidelbeerstrauch in Deutschland auf relativ guten Standorten Denn man kann immer relativ einfach anhand der Höhe eines Heidelbeerstrauches Die Wuchskraft der entsprechenden Landschaft, in der man sich befindet, ganz gut abschätzen Wir haben in Deutschland Heidelbeergebüsche, die sind einen halben Meter, 60, 70, 80 Zentimeter hoch Das gibt es alles. Das sind so richtig, richtig produktive Landschaften Da ist ordentlich Nährstoffversorgung gegeben Alles kann da prima wachsen In Skandinavien, die Beispiele, die ich hier zeige, die sind vielleicht 10 Zentimeter, 15 Zentimeter sind die mal hoch Also das einfach nur mal so zum Vergleich Daran kann man das dann ganz gut erkennen Dass da definitiv nicht so viel geht, was die Wuchskraft angeht Und diese Pflanze hat angeblich auch Beeren Stimmt aber nicht, sind botanisch gesehen fleischige Zapfen Also ein Zapfen, der eine fleischige Umhüllung sich zugelegt hat Denn es handelt sich hier um den Wachholder Juniperus communis Habe ich gesagt, dass die Heidelbeere Vaccinium Mötillus heißt? Habe ich nicht gesagt, jetzt habe ich es gesagt Jedenfalls zurück zum Juniperus communis Das ist per Definition ein Nadelbaum, der strauchförmig wächst Also eine Konifere und die gelten als Nacktsamer Heißt, die haben keine Umhüllung um ihren Samen Anders wie die Laubbäume Das sind die Bedecktsamer Die haben alle per Definition eine Umhüllung um ihren Samen Die meisten Nadelbäume haben ja Zapfen Da stecken die Samen quasi in diesen Schuppen drin Sie sind nicht vollständig umschlossen Sie werden von diesen Schuppen nur abgedeckt Und jetzt hat der Wachholder halt eben trotzdem Auch wenn er es eigentlich nicht darf Eine Beere um seinen Zapfen gebildet Um seinen Samen Also statt einem Zapfen eine Beere um seinen Samen gebildet Wie gesagt, eigentlich darf er es nicht Eigentlich kann er das gar nicht haben Hat er aber trotzdem Und deswegen sagt man botanisch Das ist ein fleischiger Zapfen Und keinesfalls eine Beere Für die Bestimmung vom Wachholder ist es ganz einfach Beziehungsweise wichtig Wenn man auf die Nadeloberseite guckt Dann findet man da so eine gräuliche Schicht Das ist eine Wachschicht an den Stomata Also den Spaltöffnungen Wo der Gasaustausch zur Photosynthese stattfindet Und darauf ist eben diese Wachschicht Hat fast jeder Nadelbaum irgendwo so eine Wachschicht an seinen Nadeln Allerdings hat fast jeder Nadelbaum auch diese Wachschicht auf der Nadelunterseite Der Wachholder ist eine der wenigen Arten Die die Wachschicht auf der Nadeloberseite haben Davon abgesehen sind die Nadeln immer in Dreierquirlen angebracht Also es sitzen immer drei Nadeln zusammen Die zusammen einen Mercedes-Stern bilden Wenn man von oben drauf guckt Könnt ihr euch auch mal anschauen Wenn ihr irgendwo einen Wachholder findet Beim Fjell-Wachholder ist das gar nicht so einfach zu erkennen Weil der einfach sehr dicht gedrängt Auf kleinem Raum zusammengestaucht wächst Und er wird auch nicht besonders hoch Aber alle Wachholder-Arten haben gemeinsam Dass sie sehr, 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 sehr stark stechen Also man kann sich da richtig ordentlich wehtun an dem Ding Und damit ist er relativ einfach dann auch zu erkennen Was man hier übrigens sieht Das sind der Stamm im Prinzip Allerdings verläuft der Stamm eben parallel zum Boden Er kriecht am Boden entlang Weil sich aufzurichten bei dem Wind Der auf dem Fjell herrscht Für eine Holzpflanze keinen großen Sinn macht So ein Stamm, wie man ihn hier sehen kann Der kann mehrere hundert Jahre alt sein, theoretisch Nicht nur theoretisch, praktisch würde das sogar sein Also das ist eine sehr faszinierende Angelegenheit, wie ich finde Einen letzten sehr unterhaltsamen Fakt zum Wachholder Da kann ich mir dann auch nicht mehr verkneifen Weil es gibt einen nahen Verwandten vom gemeinen Wachholder Also unserer hier, der Juniperus Comunes Nämlich der Juniperus Sabina Den nennt man auch den Sadebaum Man dachte, ja gefühlte Jahrhunderte schon Der wäre ausgestorben Man hat nirgendwo mehr diesen speziellen Wachholder-Typ gefunden Bis man ihn dann wiederentdeckt hat Und zwar in den Klostergärten von Nonnenklöstern Das ist kein Zufall Denn man hat den Sadebaum als beliebtes Mittel Ja, für Abtreibungen verwendet Der ist stark giftig Und wenn man eine genaue Dosierung von eben den Beeren des Sade Also den fleischigen Zapfen des Sadebaums zu sich nimmt Dann wirkt das wohl eben ein Schwangerschaftsabbruch herbeiführend Oder man stirbt Aber ja, damit ist auch zu erklären Warum sich diese Pflanze ausgerechnet in den Klostergärten von Frauenklöstern gehalten hat Und überall sonst ist er quasi ausgestorben Damit das Elend dann auch ein Ende hat Kommen wir zur letzten Pflanze Es gibt schon noch durchaus ein paar mehr Aber ich will sie nicht bis in die Unendlichkeit ziehen Das ist die Zwergweide Die Zwergweide ist quasi die Weidenversion von der Zwergbirke Eine sehr, 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 sehr kleine Weide Eine einzelne Art Ist mit anderen Weiden tatsächlich nicht kreuzbar Und das ist bei Weiden durchaus eine Besonderheit Weil die sehr stark zur Bastardisierung neigen Deshalb ist Weidenbestimmung auch unglaublich schwierig Exakt sagen zu können Welche Art von Weide das jetzt eigentlich ist Weil da kann alles Mögliche aus verschiedenen Weiden zusammengekreuzt sein Und das ist wirklich letztendlich nur Fast nur über ein Gen-Nachweis Möglich genau sagen zu können Welche Weide ist denn das eigentlich Mit der ich das hier zu tun habe Bei der Zwergweide ist es anders Die Zwergweide ist in der Regel Die Zwergweide, zumindest soweit ich das weiß Leider habe ich kein Exemplar mit Blättern gefunden Die sehen aber relativ unspektakulär Wie halt eben Saalweidenblätter aus Wer die Saalweide zufällig kennt Typisch sind jedenfalls die weißen, weichen Weidenkätzchen Die kennt man ja auch von unseren einheimischen Weiden Und die ist erheblich höher als die Zwergbirke So ein Weidengebüsch ist in der Regel eigentlich schon immer so mindestens 50 cm hoch Also so ein ganz, ganz, ganz am Boden rumkriechendes Weidengebüsch Würde man nicht finden Das ist eher mehr der Job eben unserer Zwergbirke Sie kommt auch ein bisschen tiefer als die Zwergbirke vor Oft findet man auch beides gemeinsam Aber die Weide ist erst weg, bevor die Zwergbirke weg ist Also das letzte, was noch da ist an Holzpflanze, bevor überhaupt keine Holzpflanze mehr wächst Das ist die Zwergbirke Und ich finde, das ist an dieser Stelle dann auch ein ganz geeignetes Schlusswort Zur Weide Ansonsten nicht mehr allzu viel, was man da jetzt noch sagen könnte Ich wünsche euch einen schönen Abend Und bedanke mich, wenn ihr euch das jetzt wirklich bis hierhin angesehen Beziehungsweise eher angehört habt Ist schon ein sehr spezielles Video, das ist mir klar Aber es ist das Welterste seiner Art in deutscher Sprache Gute Nacht